Im Kanton Solothurn finden Sie Arbeitskräfte, die es gewohnt sind, sehr sorgfältig zu arbeiten. Diese Präzisionsfähigkeit der Mitarbeitenden reicht zurück in die Uhrenfertigung und die metallverarbeitende Industrie. Von diesem traditionellen Qualitätsbewusstsein profitiert heute auch die Medizinaltechnik. De Puy Sintes, Stryker und Mathis produzieren hier im Kanton Solothurn. Wir haben sehr viele Medizinaltechnikfirmen, die gemerkt haben, wie auch Mathis, dass das der richtige Standort ist, wo man auch die entsprechenden Berufsleute findet, die Ausbildung, die Kompetenz, aber auch die Mentalität und die Art und Weise der Leute, die ausgerichtet sind, auf nachhaltig gute Resultate zu generieren. In der Geschichte hat die Uhrenbranche diese Art und Weise und diese Denke integriert. Und das ist eine Verankerung, die aber eben nur kann sein, weil es über hunderte Jahre passiert ist. Man tickt einfach da so. Mit der Breitling? Es gibt die Beutelung, die Beutelung und die Nachowienshalterin 4.000 Charaktere. Es gibt die Präcision, die Funktionärität und ein Design fort. Es gibt diese Präcision, welchen wir in der Schweiz sehen, und die ist für den Moment an einem Niveau höher als das, was bei unseren verschiedenen Konkurrenten gibt. Die Präzision hat insbesondere eine große Karte zu spielen und ich denke, dass wir ein guter Zukunft haben, wenn wir in dieser Richtung fortsetzen.